Normalerweise sind wir immer unterwegs beim Kunde und das Schlachtfest ist eigentlich eine Jahresveranstaltung, um unsere Kunden einzuladen bei uns zu Hause. Sowohl einmal ein Dankeschön zu sagen an unsere Kunden und Lieferanten für das, was wir in diesem Jahr schon gemacht haben, aber auch natürlich den Grundstein zu legen für das, was jetzt in den nächsten Jahren und im nächsten Jahr vor allen Dingen für uns kommt. Jedes Jahr haben wir eine Steigerung von Besuchern, von Kunden und die Resonanz auch tatsächlich beim Kunde, die sagen, was ihr da anbietet, nicht nur aus Herstellerseite, sondern auch im Dienstleistungsangebot, ist hervorragend. Das ist ein rundum sorgloses Paket, also von den Messeständen mit den fachlichen Informationen über Essen und Trinken, als aber auch für die Kinderbetreuung über Hüpfburg, Popcorn und alles, was dazugehört. Viele Kunden schauen auch gleich parallel nach neuen Bäder-Ausstellungen für ihr Eigenheim, was natürlich auch für die ganze Gruppe zugutekommt. Das ist natürlich für uns eine riesen Plattform und unsere Mitglieder hier adäquat begrüßen und betreuen zu können, ein großes Come-Together und jedes Jahr aufs Neue eine tolle Veranstaltung. Die Kunden freuen sich immer wieder eingeladen zu werden und vor allem, dass sie nicht nur geschäftlich alleine kommen, freuen sich immer wieder ihre Kinder mitzubringen, macht eine Menge Spaß und vor allem mit so einem wunderbaren, großen Messestand glänzen zu können.